es ist scheiß Bullen wie 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 soll ich die loswerden nein jetzt muss ich wieder von hier beginnen das ist der schlauen Wagen diesmal ich habe eine viel bessere Karte kann ich denn vielleicht ausschalten ohne sich oh er hat mich schon bemerkt scheiße ist nicht mehr schnell du machst das viel zu schwer Aiden kling mich nicht dich zu verraten es gibt nichts zu verraten weder falsch diese cleveren Tricks die du mit dem CTOS abziehst ich habe zu gesehen und gelernt die Polizei kommt auch egal ob ich irgendwie etwas mache was nicht gut das ist also so die kommen einfach egal was für ein Auto das ich habe mein Gott Helikopter auch schon wieder da ist ja klar nein alter ja gleich noch mehr Wagen schon okay jetzt weg hier was ist nicht tot drehen 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 alter mein Wagen brennt schon wieder wie scheiße scheiße wo ist er jetzt er ist tot okay jetzt muss ich entkommen ja rechts ran drück mich noch mehr rechts ran du scheiße Kerl ich muss weg ein Polizei SUV hat die Verfolgung aufgenommen ja geil nein was mach ich ich drücke mir die falsche Taste verdammt das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein Okay, jetzt. Scheiss, Helikopter. Wie kann ich nun den Kopf entkommen? Scheiss, die kommt schon. Scheisse. Mann, nee. Ernsthaft, das verdammt. Krass, ey. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Oh, mein Burschen fast wieder weg. Scheiss, Bullen, echt. Oh. Oh, das war knapp. Mann, wie kann ich den Scheiss-Helikopter ab... ...loswerden? Ah, Mann. Alter. Scheiss, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, das glaube ich jetzt nicht. Boah, die sind... Ach, geht doch nicht, ey. Wie soll ich denn abhauen von denen, ey. Alter. Mit dem Auto kann ich, wenn der Polizei im Wasser kann ich, wenn Helikopter im Tunnel nützt es auch nicht. Boah, hä? Die SUVs, die, die, die jumpten auch über die Brücke. Verdammter Scheiss, echt. Verdammter Scheiss. Nein, ich will die Karre, ich will die Karre, ich will die Karre. Halt, 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 halt. Halt. Mein Wagen. So, das ging jetzt schnell, das ging jetzt richtig schnell. Das kommt davon, wenn man den Deal mit den Tauern macht. Ah, ich muss mich verstecken. Ja, geil, die kommen schon, ne, die, die sind schon unterwegs, ist ja klar. Ah, verdammte Kacke, echt. Wir nehmen ihn unter Beschuss. Das sind bestimmt schon hier. Echt, das Verdächtige ist von oben nicht zu sehen. Informiert die Jungs unten auf. Ihr könnt nicht weit gekommen sein, stöbern die ihn auf, Leute. Toll, echt geil. Ich sitze quasi in der Falle. Ich muss hier raus. Ah, Mann. Echt. Wie werde ich die los, die Scheiss-Bull-Nee? Ja, hier nicht. Na toll, ich... Verdammt. Ernsthaft, wie werde ich die los, die Scheiss-Bull-Nee? Ich fahr ja nicht schlecht oder so, aber... Hä? Das geht dir da nicht, vergiss es. Wann, echt? Das Problem sind nicht mal die Wagen, sondern die verdammte Scheiss-Hubschraube. Der ist das Problem. Der Hubschraube. Hü! Gleichstellig, hier gab es eine Riesen-Exkursion. Ich hab mich hier angeht. Ah, verflixt. Wie, wie soll ich denn hinkommen? Wie verdammt. An alle. Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Ah, nein, das glaube ich jetzt nicht, raus aus dem Wagen. Ah, geil. Geil, echt geil. Rein. Ich hab echt keine Ahnung, wohin ich soll. Echt keine Ahnung. Wo soll ich hin, verdammt nochmal. Ah, überall diese Scheiss-Bullen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Ich kann gar nicht so schnell fahren, dass ich die ab... ...dass ich die loswerde. Jetzt hab ich schon wieder einen am Arsch. Ist ja klar, oder? Boah, und da vorne Strassensperre. Ja, logisch. Mein Gott. An alle. Ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Ja, logisch. Keine Ahnung. Ja, jetzt ist die Karre gleich wieder der Schrott, oder? Jetzt müssen wir gleich wieder einen neuen Wagen zu legen, den vierten oder so. Mann. Verpiss dich. Alter. Ja, das war der Tank. Der hat er stand. Versteh dich. Ein SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Genau, schickt noch ein SUV. Schickt doch alle, oder? Kack, SUV-Sie. Scheiß Hubschau, aber echt. Wenn der Hubschau mal weg ist, dann kommen gleich die Bullen wieder. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas. Du schaffst das. Ah, komm schon. Du Dampf-Lokomotive, du. Du schaffst das. Ja, an die Grenze. Du hast dich Topfer geschlagen. Du Auto, du. Kuh. Kuh. Hey, das sieht gut aus hier. Ich hab vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's dir gut? Wie rollen Sie zurück? Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Analyse. Ich hab da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Ah, Audio-Bearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hörst. Irgendwie krieg ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein, 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 nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden hab. Die Fortsliebe ist Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Klar, zuerst holt mir hier einen neuen Wagen. Wie ihr seht, raucht er ein bisschen. Und darum, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum nächsten Ziel gehen. War das jetzt streng actionreich und Nervenkitzelnd, ja, Nerven. Meine Nerven sind blank. Bis dann, bis morgen. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020